Folge 212 von Simotrans. Ja, wir wollen hier gucken, dass wir hier noch mehr, sag schon, Holz, Nutzholz transportieren. Wieso komme ich da jetzt nicht draufgeklickt? Ah, jetzt. Da sind schon 3.800 Tonnen, nee, Festmeter sind es, Nutzholz. Und die müssen wir mal gucken, dass wir die jetzt transportiert kriegen, ne? Weil... Wir haben zwei Schiffe, die jeweils 230 Festmeter sind, 460. Das heißt, da kann definitiv ein oder zwei oder vielleicht auch noch mehr Schiffe drauf. Warte mal. Wasser. Noch mehr Wasser. Da ist das Schiff. Linie SL Holz ist das. Okay. Okay, nochmal daneben geklickt. So, das heißt, wir gehen mal hier in die Werft und schauen mal nach Holzschiffen. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eher so. A wie Holz. Da unten ist es. So, und das sind dann die Holzschiffe. Und das sind 230 Festmeter, 222. Und das ist schon das beste Schiff, das es gibt, okay. Holzfrachter Typ Essling. Ja, SL Holz. So, und ich mache nochmal zwei Kopien davon und starte die dann. Und die sind dann unterwegs und fahren auch, glaube ich, schon in die richtige Richtung, ne? Das ist auch nach Hause, Papierfabrik. Genau, da müssen sie wohl hin. Gut, aber das andere hier, ich glaube, das ist schon das erste von den beiden. Naja, ich bin wieder mal daneben geklickt, ist klar. Das erste kommt ja gleich schon an. Und dann fährt der erste Zug, glaube ich, auch schon los. Weil die sind ja auch fast, oder der ist ja auch fast voll, ne? Hier das erste ist schon, dieser hier ist schon auf jeden Fall ein Holzzug. Der fehlt nur noch ein Anhänger und dann fährt der. Das war shitgut bestimmt. Können ja mal gerade kurz schneller laufen lassen. Bis der dann ankommt. Wenn er denn ankommt, da ist er. So. Der lädt ab und der lädt auf und dann geht's los. Abgeladen. Aufgeladen. Und dreht und fährt. Können wir dann mal verfolgen. Und Können wir auch mal gerade schneller laufen lassen. Und der lädt hier ab. Wunderbar. Und dann fahren auch die LKWs hier wieder. Oder? So, den können wir ausmachen. Und da ist der LKW am Fahren. So, verringt er das hin zum Sägewerk. Weil das waren ja Festmeter, die da kommen. Und der macht dann Bretter daraus. Und wenn die Bretter kommen, dann fährt es dann auch wieder da hoch. Und wenn es da hochfährt, dann fährt es auch zur Maschinenfabrik oder was auch immer war, ne? So, der kommt. Hat geladen. Und die wird produziert. Neun. Den können wir zumachen. Obwohl, der fährt gleich nochmal. Können wir mal gucken. Und da fährt schon einer los. Ne, die fahren zurück. Da fährt einer los. Und der bringt das Holz zum Baumarkt. Liegt da jetzt? 84 Meter noch da. Und dann ist es gleich schon weggeschafft. Der hat 28 Festmeter geladen. Nutzholz. Okay. Der bringt das jetzt zum Baumarkt, oder? Steht denn beim Baumarkt einer, der dann das weiterbringen soll? Oder fährt der gleichzeitig da hin? Ne, der bringt das nur da hin. Wer bringt das von da nach da? Keiner, oder? Connections. Braumarkt LKW. Das ist der. So, das ist ja schon klar. Das haben wir ja offen. Wartner, Gäste, Passagierer. Hier warten natürlich nichts. Das bedeutet, wir müssen jetzt das Holz noch darüber kriegen. Also, die Maschinenfabrik ist ja hier. Abpackungshersteller, aber Sägewerk. Sind eigentlich verbunden, ne? Und da ist noch eins. Okay. Ich wusste gar nicht, dass wir zwei haben. Wer fährt denn hier was durch die Gegend, ist jetzt die Frage, ne? Maschinenfabrik und Verpackungshersteller. Der bringt aber jetzt nicht wirklich irgendwo anders was hin. Oder sehe ich das falsch? Also, die bringen das ja definitiv nur nach der... Aber es gibt ja keine Connections dann weiter, oder? Passagierer, Post, Waren, Stückgut. Altenau, Maschinenfabrik, Betriebshof. Alex ein Chemiewerk. Altenau, Maschinenfabrik. Wie geht denn der Weg da hin, dann? So, das zeigt ja mir schön an, wo es ist, aber... Welchen Weg das gibt, das steht da leider nicht. Ach, guck mal, hier sogar Abfahrtzeiten, das ist ja neu, oder? Also, relativ neu. Altenau, Maschinenfabrik um 19.30 Uhr. Oder noch in so und so vielen Stunden ist das wahrscheinlich. Der hat Shitgut dabei. Ich bin mir jetzt da nicht ganz sicher, dass wir das anliefern können. Ich glaube, wir wollten das hier noch bauen und haben das nicht getan, so wie ich das hier sehe, ne? Und das bedeutet, wir machen das mal noch. Stadtstraße. Und die geht hier rein. Und geht da rein. Und dann... Kommt da 1, 2 hin. Ja, ich weiß nicht, ob es so richtig ist oder andersrum. Keine Ahnung. Könnte auch so sein, ne? Könnte auch so sein. Ich weiß nicht. Ich würde es so stehen lassen vielleicht. Und hier unten... Können wir definitiv ja noch mal... noch so eine Bucht bauen. Geht ja, ist ja kein Problem. Und dann müssten wir da aber ein LKW gerade hinschaffen. Und das Depot, wo war das? Hier irgendwo, ne? Da ist es. Warte da, ne? Der hat 13, der hat 14. Und da kriegt er noch den Anhänger dabei. Und dann kriegt er noch einen Fahrplan. Und zwar von... hier... nach... hier. Und... Hadex sind wir da unten. Da soll er mal die 100% kriegen. Und das Kind heißt... Ich würde jetzt mal sagen, neue Linie, oder? Und das machen wir weg. Und dann... Bretter... LKW... und... zu... und... und... starten... oder kopieren. Ich denke mal, wir starten nur. Das ist ein kurzer Weg, das wird wohl mit einem LKW klappen, oder? So... Wo ist er jetzt am Fahren, da, ne? Ne, da ist die Straßenbahn. Hier unten fährt er. Zuck, da ist er. So, und dann müssen wir gucken, dass er hier auch Bratter kriegt, ne? Noch sind keine da. Und sind die noch am Fahren? Einer ist da auf jeden Fall unterwegs. Ah, da kommen Bretter. Und sind hier schon welche für Hadex und Baustoffhandel? Über Hadex und Baustoffhandel. Okay, das funktioniert. Okay. Und er hat auch schon für welchen... für den anderen LKW dann welche. Das ist doch cool, oder? So, das bedeutet, er müsste ja dann da stehen und warten. Tut er auch? Passt auch? Dann müsste das ja funktionieren, dass die dann da auch was kriegen. Das Sägewerk können wir zumachen. Der hat 175 Nutzmeter da gehabt. Und... Jetzt kommt der LKW, der auch schon 13 Meter dabei hat. Die dann hier drauf geladen werden. Oh, jetzt kommt hier noch ein LKW an, ne? Äh, noch ein Zug an. Der kann aber nur Palettenstück gut. Also ist das nicht der Zug, der... jetzt bei der Maschinenfabrik was mit hingebracht hätte, oder? Gehe ich mal von aus. Wissen tue ich es auch nicht. Ja, da steht Nutzholz und das steht Stück gut. Sonst würde das ja auch nicht funktionieren, glaube ich. Gibt das schon richtig so. Ja, ich habe mich gerade wieder im Museumszug gesehen, der mich hier angesprochen hatte, ne? Die Diesellok ist hier oben schon nicht so der prickelnde Ding, aber da unten die Dampflok ist ja noch viel cooler. Müssen wir mal gucken. So, der fährt jetzt da wieder zurück. Ja. Kommt die nächste Lieferung. Achso, der ist jetzt auf dem Rückweg. Sind die noch am Produzieren? Ja, die sind noch am Produzieren. Und wie viel ist hier? Okay, da sind noch ein paar Meter da. Er fährt auch gleich wieder zurück. So, dann verfolgt er mal gerade. Auch mal gerade schneller. Dann können wir den nicht mehr verfolgen, weil wir jetzt hier sind. Der ist zu. So, dann sollte der eigentlich jetzt voll werden, oder? Der hätte gerade nichts dafür mit, schade. Schade, schade, schade. Dann, lass mal schneller gerade laufen. Der hat einen Meter mitgehabt. Oh, super. Da kommt der nächste. Der hat jetzt 13 Festmeter mit. Da sind aber erst dann 27. Das bedeutet, reicht auch noch nicht, oder? Ne, das sind 15 Meter. Oh, das reicht gerade so. Das heißt, er fährt jetzt, oder? Shit, der fährt doch nicht, oder wie? Wieso fährt denn der nicht? Der hatte doch gerade auch... Altenau Ostwald. Wo soll denn da jetzt das hin? Altenau Ostwald. Altenau Ostwald. Wo geht denn das hin? Hadexen. Altenau Ostwald. Wo ist denn das? Da. Und warum wird das nicht mitgenommen? Fährt der da nicht hin? Fährt der LKW. Hadexen Baustoffhandel-Übertriebshof. Fahrziel. Wie ist der Fahrplan? Altenau Ostwald. Wo ist das Problem jetzt? Ich weiß, wo das Problem ist. Da ist ein Anhänger hinter. Und wie das immer so ist, schafft er mit dem Anhänger da nicht hinzufahren. So ein Shit aber auch. Das ist voll doof. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das wieder hinkriegen. Das bedeutet, wir müssen schauen, dass wir den Anhänger da dran kriegen. Und funktioniert das denn da drüben auch nicht? Doch, da wird doch beides geladen, oder? Vorderes Fahrzeug und hinteres. Und der Anhänger wird geladen. Ne, das passt doch. Wieso geht das aber hier nicht? Wieso kriegt er das nicht hin? Fahr mal gerade ein Stück vor und dann fährst du wieder zurück. Und kannst du dann laden, oder nicht? Ne, der lädt nicht. Das ist doch der gleiche Wagen, oder? Und der kann das, und der kann das nicht. Na komm, dann machen wir das mal so, dass er erst eine Runde fährt. Axel Mahlzeit, oh, das ist alles richtig. Dann fahr erst mal einmal eine Runde los. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum er nicht laden kann. So, die Maschinenfabrik sollte dann jetzt laufen, hier. Da kriegen sie jetzt. So, abgeliefert. 13 sind hier. Haushaltsgeräte laufen. Dann müssen wir noch gucken, wer die Haushaltsgeräte kriegt. Äh, keine Ahnung. Der stellt Haushaltsgeräte her, aber wer ist der Abnehmer? Steht hier gar nicht, oder? Müssen wir auch noch machen. Ist aber nicht schlimm, wir sind jetzt auf der Suche nach ihm hier. Erst mal wieder. Gucken, ob er die zweite Runde jetzt schafft, einzuladen. 113 Bretter sind schon mal da. Ich verstehe nicht, warum er jetzt nicht vollladen wird. Das ist doch die Haltlänge. Wieder nur einmal voll. Mindesthaltlänge 2. Okay, das war's dann. Und was hat er hier für eine Mindesthaltlänge? Mindesthaltlänge 1. Wo ist da der Unterschied, bitteschön? Ich weiß es nicht. Das ist komisch. Naja, vielleicht weiß das einer von euch und kann mir da einen Tipp zugeben, wie ich die 1 hier hinkriege bei Haltlänge. Das ist für mich jetzt wieder schleierhaft. Und, äh... Ja, keine Ahnung, woran es liegt, dass der eine Wagen das kann. Der andere nicht. Jetzt können wir noch gerade gucken. Fahrzeugdetails ist ein Magirus Iveco, Holztransporter Typ T. Ah, Mercedes-Benz SK Holztransporter. Alles klar. Da ist dann das Problem, dass dieser hier die Schwierigkeit ist, ne? Das heißt, äh... Fahr mal weiter. Entlade dich und wenn du entladen hast, Fahrzeug wird vom Müllschirm entfernt, sobald dieses leer ist. Verkauft wird, wird dann Ronto dann gut geschrieben. Kontogrand wird als Gewinn gut geschrieben. Keine Ahnung, was der Unterschied da wieder ist. Nachden wir erstmal raus und dann ist gut. Der Magirus Iveco schafft einen, der andere nicht. Das ist ja wieder so richtig cool, oder? Mach das mal weg. Hier wieder das Depot erwischen. Da ist es, ne? Das ist jetzt die Zigarettenfabrik. Ah. Das ist die Bushaltestelle. Aha, da ist es. Das ist der Magirus Iveco. Äh... Du zum Depot. Und wenn er angekommen ist, was ich hoffentlich gleich als Anzeige hier reinkriege. Aha, da ist es. Dann... Das ist der Mercedes-Benz. Das runterschmeißen. Das ist der Magirus, oder? Ja. Der kriegt jetzt den Anhänger. Und dann geht er auf die Bretterholzlinie. Und starten. Und der hier darf verkauft werden. Verkaufen. zack, bringt's nicht. Na dann. Das ist er, oder? Verfolgen. Schneller. Und, was passiert jetzt? Kein Nutzholz da, oder was? Wieso ist denn da jetzt das abgeholt worden? Hat irgendein Zug das mitgenommen, oder wie sehe ich das? Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Das ist ja der Hammer. Den machen wir mal aus. Dann muss ja die Fabrik hier Bretter ohne Ende gekriegt haben. Hat's aber nicht. Okay. Aber irgendwer hat's rüber geliefert, ne? Ist nur die Frage, wer. Gut. Er wartet jetzt. Ah, da kommt aber eine Ladung, oder? Ah, da ist ein Baustoffhandel, ist aber direkt. Hier steht nix, oder liegt nix. Und die haben wahrscheinlich kein Holz. So sieht's aus. Toll. So, wann kommt der nächste Zug? Ja, der fehlt noch reichlich. Wann kommt das nächste Schiff, ist dann die Frage. Da ist die nächste Holzlieferung, ne? Eins. Zwei. Drei. Kommt auch damit. Und vier muss ja dann hier gerade beim Hafen sein, oder? Wie sehe ich das? Ne. Wo ist Nummer vier? Hatten wir doch vier, oder? Drei sind noch hindurch, eins ist um Rückweg. Ne, sind doch... Eins, zwei, drei, vier, fünf sogar. Und reicht immer noch nicht, ne? Wie will Festmeter liegen denn hier? 3.900, okay. Mehr gehen da wahrscheinlich hin. Ja. Können wir alles dicht machen. Eins, zwei, drei, 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 ich seh die nicht alle. Der fährt noch nicht. Wo dümpeln hier denn jetzt alle rum, Mann? Eins, zwei, drei. Tja, keine Ahnung, wo die abgezogen, abgebogen sind. Achso, es könnte sein, dass hier irgendwo welche übereinander fahren, weil wir haben die ziemlich zügig nacheinander geholt. Sind das zwei hier? Können zwei sein. Ja. Wenn's nicht sogar drei sind. Ne, drei sind's nicht, oder? Doch, es sind sogar drei. Alles klar, dann ist ja erstmal genug Holz unterwegs. Wird ja bald kommen und dann wird's auch weitergehen. Gut, okay. Lösungen gefunden für den LKW und jetzt ist Materialschwierigkeiten halt. Das ist klar. Dauert dann eine Weile. Wäre wahrscheinlich sinniger gewesen, hier, das Holz hinzuladen und dann mit dem Zug da hinzufahren. Naja, ist egal. Läuft erstmal soweit. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, oder? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls es euch vorgefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Gebt der Glocke eine Chance, dann kriegt er mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen. Braucht er jetzt nicht mehr reinschreiben, warum das mit dem LKW nicht klappt, habe ich ja selber gemerkt. Und ja, dann ist es noch die Geschichte, dass ihr gerne das Video auf anderen Kanälen teilt, euren Freunden und Bekannten und Verwandten mitgebt, damit die auch sehen, was hier bei Simotrans so schönes läuft. Alles klar, bis dann. Bis dann. Tschüss.